Hallo Leute und willkommen zurück bei Pokemon Bloody Platinum Aslock Challenge im letzten Part haben wir leider von Stony Abschied nehmen müssen und ich habe Rings ins Team genommen und Ziss und habe Rings den EP teilgegeben damit wir den ein bisschen hochziehen aka Micha und ich würde sagen ich mache einfach mal weiter Leute, dann mal los, mein Pokémon, ich werde ihm ein Bestes geben ja hier ein neuer Trainerkampf, mal gucken was der Typ hier so drauf hat Camper Tom, Zobiris, ok, Level 34, ich habe immer noch Shader vorne, Level 36 ich weiß nicht ob ich das Offscreen habe ich glaube ich ein paar ein bisschen gemacht, ein bisschen Offscreen Mrs. Asusis ist an Level gestiegen und Rings ist auf Level Micha, ich sage einfach Micha, aber ihr wisst das auch Paul damit gemeint ist ist auf Level 25 hoch Flunk Kiefer Bei Flunk Kiefer habe ich das richtige Gegenmittel, es nennt sich der namenlose Fan, ist Türke und haut hier jetzt ein Tempo in die Schnauze ne Flamenrad, Flamenrad, Flamenrad finde ich besser Flunk Kiefer wird von Camper Tom in den Kampf geschickt, so Tom Mein ganzes Team ist noch sauer darüber, dass wir ein sehr enges Familienmitglied verloren haben, namens Stone Melina und das wirst du mir auch teuer bezahlen, mach du lock doch, du wirst mich wirklich anlocken Ja, wenn mein Fluchtwerk von mir sinkt, werde ich dich mit der Flamenrad umradeln So Wir werden diese Nassok schaffen für Stony Oh, wir haben verloren Du hast verloren, seht ihr, ich bin im Doppelkampf nämlich aus dem Weg gegangen, weil ich genau wusste, dass das wahrscheinlich böse endet Ach, wie ne klar, mein Pokémon auch, ich trage meinen Teil an Mein Teil an, sie trägt ihr Teil an Okay Ja, Bronzell Bronzell, okay Natürlich, Shaylaise ist nicht die beste Wahl gegen Bronzell, aber wir haben ja immer noch den Olum, den namenlosen Fan Wird das, äh, 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 äh Sondersensor, fuck Fuck Fuck, 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 fuck Gut, ich überleb' noch einen Wir machen Das Flammenrad Tut dem sicher weh Komm schon, sieh das Verdammt Eisenabwehr Okay Steigt stark, oder? Jetzt weiß ich nicht, ob der nächste Flammenrad reicht, um Bronzell umzuhaben Ich hoffe es natürlich Jawoll Das ist sehr effektiv Und das ist es mit Bronzell Oh, Ariderchi Ja, kam Erfahrungspunkte Bronzong Ja, da wächst sich aber ganz sicher weg Ich muss mit Shayla spielen, denn am besten überlebt das nicht Komm schon zurück, du bist dran, Shayla Ja, äh, du hast das unglaublich an dich Ja, das tue ich Oh, der 35 des Blitzen langes Duell, Leute Stahlflügel Nicht sehr effektiv Du machst die Eis Haaa Das Schamalaka Ja gut, dann mach ich sich halt auf den Wind schnitt Ist auch kein Problem Hab ich kein Problem mit Es muss einfach Haa, Schamalaka Sag ich schon wieder Rückentzug Yay Kann ich sehen Will ich auch nicht Ich hau dir Wadiatak ab Fuck you Wo 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 wo, Sondersensor tut mir auch nicht weh. Okay, es tut mehr weh als die Mine-Attacken. Ich hab's verstanden. Oh, das wird so langer Kampf, vielleicht. Ich bin wieder. Gott dammit. Ich glaub, dieser epische Kampf, wo sich beide nichts nehmen wird den ganzen Patern da. Und der Windsschnitt, das ist nicht so effektiv. Die Freunde macht den Sondersensor. Das ist wiederum auch nicht so effektiv. Aber ich hab ein paar Supertränke. Ja, das zieht mir gut. 19 KP ab. Mein Gott, ich bin schon bald bei der Hälfte und dennoch lange nicht. Wir machen den Windsschnitt. Das tut weh. Nichts wirklich. Bodyguard. Team wird von 1-2 umhüllt. Wir machen weiter mit dem Windsschnitt. Das tut ihm immer noch nicht weh. Gott dammit. Wie wärs mal mit dem Volltreffer-Shader? Ah, der Sondersensor. Ich heil mich in der Eiserrunde. Muss ich mich heilen. Ah, das wird so ein ultralanger Kampf. Ich seh's kommen. Komm, Shayla. Nimm den Supertrank an dich. Und ich. Gott dammit. Er macht mir mehr Schaden als ich. Ich. Yeah, 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 yeah. Oh, dieser epische Kampf, Leute. Guckt euch das an. Beide nehmen sich nichts. Beide geben 100%. Ein Volltreffer. Mein Gott. Das haben wir gebraucht. Shayla nimmt den Sondersensor in Kauf. Das tut weh. Allerdings nicht so, wie ich es mir ausgerechnet habe. Und schon wieder kommt der Windsschnitt. Welche überraschende Wende. Oh mein Gott. Das ist immer noch nicht so effektiv. Oh mein Gott. Der nächste Sondersensor. Shayla muss sich schon ganz besonders fühlen. Bei so viel. Oh, ein Volltreffer. Der muss da auch von der Gegnerseite mal kommen. Mein Gott. Wird das knapp. Shayla ist gleich da. Oh mein Gott. Wende. Supertrank. Oh mein Gott. Das hat niemand von euch vorausgesehen. Mein Gott, Leute. Es gibt keinen epischeren Kampf. Frieza und Goku. Vergesst es. Hier haben wir Ponson gegen Panzer Eron. Das ist mal was episches. Oh mein Gott. Die Panzer macht schon wieder den Windsschnitt. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte. Jetzt kommt die Agilität. Oh. Sondersensor. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das der langweiligste Kampf ever. Und Shayla mit dem Windsschnitt. Wer hätte das vorausgesehen. Oh mein Gott. Das kann sich nur noch um Jahre handeln. Bis Ponson hier mal den Löffel abgibt. Schon wieder ein Sondersensor. Und Shayla steckt das locker wirklich weg. Was kommt als nächstes? Oh. Und der Supertrank wird eingesetzt. Mein Gott. Ich hoffe der Gegner hat auch nicht auf einen. Sonst zieht sich das in die Länge. Und Shayla geht hier drauf. Mein Gott. Ist das langweilig. Oh. Der Sondersensor. Das ist natürlich ein Step-Move. Das tut weh. Ach. Gottchen. Der Windsschnitt. Kommt. Das tut. Ja. Wenn nicht so weh. Aber es tut ein bisschen weh. Sondersensor. Setzt Ponson ein. Oh mein Gott. Das. Der Bodyguard lässt auf der gegnerischen Seite nach. Ja. Jetzt nützt natürlich Panzer und Aka. Shayla aus. Mit dem nächsten Windsschnitt. Der nicht gerade reinhaut. Ronson. Ihm holen sich wieder. Umhüllt wieder das ganze Team in Bodyguard. Shayla. Kontakt mit dem Windsschnitt. Reicht es aus? Es reicht auch. Der Vollträfer war benötigt. Damit dieser langweilige Kampf endlich mal ein Ende findet. Shayla hat Erfahrungspunkte. Nicht nur Shayla. Sondern auch Al Polo Aka. Micha Aka. Rinks. Spieler besiegt. Picknicker. Wir haben verloren. Und auch sie reden in den Metz. Obwohl sie alleine gekämpft hat. Diese Kinder von heute. So. Was macht der Trainer? Er geht sich ein gut. Ich kann jetzt aufhören so zufrieden. Mein Gott. War das ein langer Kampf. Boah. Shayla gegen Bronzong. Das war mal so. Super. Wie. Hallo. Ja. Hi mein Pokémon. Dankeschön. Oh Gott. Ich hause Bronzong. I hate it. Ich möchte in die nächste Stadt kommen. In diesem Park. Das wäre super. So. Wir stehen auf unser Rad. Gehen hoch. Und dann rechts und hoch. Und hoch. Und hoch. Dankeschön. Ja. Und noch ein Trainerkampf. Gott dammit. Wir haben super dran gefolgt. Ja. Sehr gut. Nein. Ich will nicht auch. Okay. Ich will auch nicht kämpfen. ein bisschen. Ah Lucia. Hat lange nicht mehr gesehen. Hi Blaze. Wie kommst du mit dem Pokédex voran? Ich ach. Irgendetwas zwischen fantastisch und hoffnungslos. Aber um mich geht das gar nicht. Ich habe hier etwas schönes für dich. Blaze. Welche Hand soll es sein? Geh mal die Rechte. Du willst den Kampfhander. Ich bin beeindruckt. Du weißt eben worauf es ankommt. Oh der Kampfhander. Das wird offscreen mir so viel Zeit sparen. Mit diesem Kampfhander kannst du rückkampfwillige Trainer finden. Oh Blaze. Hast du erst schon ein Pokédex? Jawohl. Dann bekommst du noch das hier. Die richtige Brauung für deine harte Arbeit Blaze. Ja. Den Item Radar. Den werde ich aber jetzt nicht groß brauchen. Danke. Du solltest den hinterher aufberühren. Du erfährst dadurch ob ein Item auf dem Boden liegt das du nicht sehen kannst. Ich glaube hier in der Nähe liegen sogar etwas. Versuch es doch mal. Wir sollten jetzt aber am Pokédex weiter arbeiten. Professor Eich zählt schließlich auf uns. Aber meine Vorleserkünste werden immer schlechter. Der Kraterwerk. Hier ist es ganz schön dunkel wenn ihr mich fragt. Oh. Son Goku ist hier. Laut einer Theorie wurde der Kraterwerk als ersten Sinn geschaffen. In einer neu erschaffenen Welt. In einer Welt wo nur die Zeit floss und der Raum sich dehnte. Sollte es keine Zwiste geben. Doch was wurde aus dieser Welt. Durch die Schwäche des menschlichen Geistes verbreitet sich Streit. Die Welt wird durch Streit zugrunde gerendet. Es ist eine sehr traurige Geschichte. Mein Gott Son Goku hast du dich verändert. Kannst du wohl nicht damit leben dass Dragon Ball abgesetzt wurde. Ich zwar auch nicht aber wir müssen es akzeptieren. Ähm. Irgendwie fällt mir hier das letzte Pokémon. Ne 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 ne. Ich will hier immer das Pokémon antreffen. Kraterwerk. 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 Dankeschön. Kraterwerk. Komm zu Bad. Zu Bad. Oh Rihorn. Ich hätte schon. Oh Gott. Oh Gott. Es ist eine Frau Leute. Ist das die Wiedergeburt von. Ist das die Wiedergeburt von. Oh mein Gott. Ich trau dich da zu sprechen. Ist das die Kean Kina. Lassen wir es. Ist das die Wiedergeburt von. Stony. Ist. Stony bist du es. Willst du doch wieder mit dabei sein. Einfach als Rihorn. Ich habe nichts dagegen. Ich mag Rihorn immer. Ich liebe Rihorn immer. Oh mein Gott. Ich will das Ding haben. Komm bitte in unser Team. Tu nicht blöd. Bleib im Poké Ball. Du bist großartig. Das ist Stony Leute. Das ist Stony. Oh Gott. Stony. Stony. Hat sich uns mit angeschlossen. Als Rihorn. Ist doch super. Seine mächtigen Tag. Seine mächtigen Tag. Zerstören alles. Leider ist es aber nicht. Das hellste. Licht. Im Numpengeschäft. Netter Pokémon Eintrag. Muss ich mal sagen. Rihorn. Und. Jetzt. Ist die Zeit gekommen. Wo ich. Ein Abonnenten benenne. Auch. Wenn es eine Frau ist. Und ich glaube. Dass es ein Typ ist. Bin mir fast sicher. Dass es ein Typ ist. Der immer zuschaut. Ich glaube es. Doch. 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 Du bist ein Typ. Und ich mag. Ich liebe deine Kommentare. Weil ich die immer gerne lese. Ich liebe alle Kommentare. Die lang sind. Ich lese voll gerne lang Kommentare. Und. Wir haben. Als Reakinat. Als Wiedergebot. Ich kann das irgendwie nicht aussprechen gerade. Haben wir. Wisst ihr was? Gibt es anders ein? Sorry. Sorry. Da war ein bisschen länger. Tut mir leid. Tut mir scusi. Auch wenn es ein Mädchen ist. Ich hoffe. Das tut. Dir. Nicht zu. All zu doller weh. Ninsama. Wurde in Box heißt. Auf jemanden speziell betrangen. Du bist die Wiedergeburt von Stoney. Und ich glaube. Du hast mal in die Kommentare geschrieben. Dass du Kionio vor magst. Von dem passt es doch. Gleich noch mehr. Okay. Okay. Guck weg. Guck weg. Ich geh oben. Ich geh oben durch. Ich geh oben durch. Ich täusche es an. Dankeschön. Guckst du bitte weg. Guck weg. Guck weg. Ich will noch ein Pokémon fangen. Guck weg. Guck weg. Hallo. Ich habe es für dich. Guck nicht weg. Ach kacke gegen den muss ich kämpfen. Ist Shayla fit? Shayla ist fit. Gut. Na gut. Hallo. Haha. Du bist nur ein kleines Kind. Wie willst du einen ausgewachsenen Mann wie mich besiegen? Ja indem ich die Panzerung rausholte. Mit einem Gesteinsprogramm Panzerung die Stahlflügelt. Das wäre schon meine Strategie gewesen. Meditieren. Das wird meine Strategie über den Tisch. Weißt du das ist nicht schön ist jemand das Strategie über den Tisch zu werfen. Das finde ich nicht nett von dir. Wenn es schnitt. Wenn es schnitt. Das tut weh. Meditieren. Hält das aber aus verdammt. Kraftwerde. Tut mir nicht so weh. Hab ich Panzer. Oh mein Gott. Ich hab ein Rihohan. Nnnnnnnn. Nnnnnn. 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 Das Team nimmt Gestalt an. Muss nachher trainieren. Ich weiß nicht soll ich Mashoca aus dem Team werfen? Das weiß ich echt nicht. Soll ich Mashoca aus dem Team werfen? Ich hab ein Kampfprogramm mit Panferno. Nnnnnn. Nnnn. Aber ich mach mal. Richtig geil finde. Gedankengut. Hör auf Kacke zu machen. Ach Gott. Kein Gedankengut. Hör auf damit. Windsschnitt. Komm schon. Komm schon. Volltreffer. Gott demn. Mach das nur noch wenig Schaden. Hör auf dich zu Gedankenguten. Ich ahne böses voraus. Warum hab ich nicht Schwalbos rausgenommen? Scheiße. Oh Gott. Ich werd nervös. Meditalist du nährst mich so richtig ab. Nimm den Windsschnitt und geh verpiss dich. Nein. Setzt nochmal Gedankengut. Ja gut. Dankeschön. Danke Meditalist dass du übertreiben musst. Dankeschön. Windsschnitt trifft trifft. Dankeschön. Oh mein Gott das hätte so böse ausgehen können. Gott sei Dank hat das nicht angegriffen. Glück für mich. Ich komm mal Ranks. Nerva 27. Ach fuck. Nerva. 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 Ist gut ist gut ist gut. Ist richtig gut. Gefällt mir. Mägel. Schäler setzt Stahlflügel ein. Habe ich fast rumgeworfen gerade bei mir auf dem Tisch. Aufbreitung. Ein Stück fehlt. Oh mein Gott. Wir machen nochmal den Stahlflügel. Vorregion 2. Finde ich gut. Oh, es kann Genesung. Das ist scheiße. Das dauert jetzt. Das zögert alles hinaus. Stahlflügel, Schäler. Dankeschön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Magnetflug. Ah, gut, es schwebt. Das heißt, es ist nicht mehr anteilig auf Bodenattacken. Ich kenne mich mit Pokégon gar nicht aus. Hatte noch nie eins im Team. Ampel leuchtet. Das ist der einzige Anker-Smooth von ihm. Das ist natürlich vierfach schwach gegen den Schäler. Ja. Genesung. Gut, das bleibt auch im Pokéball Pokégon. Weil mit dir, du wärst so ein guter Backup, wenn jemand stirbt. Ah, Mann, Pokégon. Mach jetzt doch nicht hier. Bleib doch im Pokéball drin. Ampel leuchte. Ja, leuchte du mich an. Tut mir nicht weh. Sag ich doch. Heute nochmal Pokéball. Ich weiß, ich könnte es weiterschwechen, aber ich habe Angst, dass es Genesung einsetzt. Von dem her will ich die Chance ergreifen. Äh, greifen. Ah, Mann, Pokégon. Ich habe nur noch vier Pokéballer. Magnetflug, es schlug viel. Okay, wisst ihr was? Jetzt mache ich mal Windschnitt. Windschnitt auf Pory... Porygon 2. Gut, es schlug immer noch vier. Mal gucken, ob ihr jetzt drin bleibt. Pokéball. Komm schon, Porygon, bleib im Wald drinnen. Ah, fuck, Mann. Ja, ja, dachte ich mir schon. Hatte es schon länger nicht mehr eingesetzt. Aber man kommt... Nochmal Stahlflugel. Dun, dun. Ja. Ja, die Beteiligung steigt. Bringt hier nichts. Ah, ich setze nur noch Genesung ein. Nicht schön, Porygon, nicht schön. Komm schon, in dem Part will ich dich noch fangen. Bleib im Wald, bleib doch im Pokéball. Bleib doch im Wald, bitte bleib im Wald. Ah, nochmal Stahlflugel. Und, äh, hör auf. Oh Gott, Sheila. Ah, warum setzt du Genesung ein? Hast du das vorausgesehen, dass sie zum Vortreffer kommt? Oh, bitte. Oh, warum passiert das jedes Mal? Oh, Stahlflugel, los, Sheila. Hm. Ah, diese Genesung nervt. Ich hasse Genesung. Das ist so kacke. Kacke, 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 kacke. Stahlflugel. Gott, mach das nur noch, wenn ich schade. Stahlflugel. Irgendwie kraft das Pokéball mich vor, seltener. Hat es Angst vor Shader? Ampelleuchte. Soviel zum Thema, hat es Angst. Hat es anscheinend nicht. Oh Gott, ich will es aufs Rote schwächen. Ah, wird die Attacke ab und es ist Genesung ein. Oh, nee, Ampelleuchte, mal was Neues. Oh, nee, nicht verwirrt. Ich hasse Verwirrung. Kurz, Shader Heil. Ich würde ja gerne auf Duvor wechseln, aka Asani, aber die ist halt so unter dem Level-Durchschnittlich. Das ist schlimm. Nach dem, nach dem, oh, fuck it. Nach dem Part muss ich off-skin trainieren, sprich, danach kann ich nichts mehr aufnehmen. Das kotzt mich zwar ein bisschen an, aber muss halt sein. Wahrscheinlich werde ich auf der 42 oder so trainieren. Oh mein Gott, das wird lange dauern. Du, mach ruhig deine Genesung nur, wenn einmal gehen die AP aus. Danach. Ah, gut, Shader. Tak, tak. Das tut weh. Hätte nichts gegen Volltreffer gehabt. Ich glaube, Genesung hat nur noch zwei AP, wenn ich mich nicht täusche. Ich schätze jetzt einfach mal. Oder ist es schon vorbei? Ich weiß es nicht. Aber nicht mehr verweckt. Gut. Stahlflügel, wir sind schon wieder bei über 20 Minuten. Gott dammit. Magnetflug. Ja, fliegt halt wieder hoch. Ja, ja. Wir machen den Winschnitt. Hm. Ein Schluck fehlen. Nochmal, wenn ich nicht. Oh mann. Nehmen wir uns ins rote Bereich. Wenn es in den roten Bereich kommen würde, trifft das Teil nicht. Und jetzt macht es Genesung. Und dann ist es schon wieder vorbei. Und zwar sonst. So, in den roten Bereich. Dankeschön. Danke, dass du... Wahrscheinlich hat es keine AP mehr für Genesung. Und ich habe das zu wenig eingeschätzt. Beute. Bälle. Pokéball. Bitte, Pokéball. Bleib doch im Ball. Eins. Ist doch... Oh mann. Nicht mal zweimal. Ampelleuchte. Langsam kotzt mich das schon an. Ja, ist halt sehr effektiv. Der Elektromann lässt nach. Gut. Wir machen nochmal einen Pokéball. Haben wir noch zwei Pokébälle? Es wird mich ärgern, wenn ich das Porigorn nicht bekomme. Ich sehe schon, dass ich das Teil nicht bekomme. Ich sehe das schon vorauskommen. Fuck, habe ich mich doch nicht verzählt. Porigorno. Nenn nochmal einen Stahlflügel. Stahlflügel. Gott. Geht der Part wieder lange. Gott verdammt. 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 Geht das lange. Kacke. Heilen. Sheila schnell. Nur noch zwei Tränke. Und einen Pokéball. Gott dauert das lange. Gott verdammt. Nur wegen Genesung. Ja, ja, ja. Das tut weh, Sheda. Ich weiß, tut mir leid. Er muss den Stahlflügel in Kauf nehmen. So, tak, tak, tak. Gut, der ist wieder im roten Bereich. Ich trau nicht rauswechseln auf Sunny. Ich will Sunny nicht verlieren für Porigorn. Ja, letzter Pokéball, Leute. Entweder das Mistvieh bleibt drin oder nicht. Ich muss noch Genesung einsetzen. Wirk mir noch ein bisschen. Weißt du was? Ich mach's ganz einfach. Ich kann dich nicht fangen. Tschüss. Hat sich erledigt. Kacke. Kacke, kacke, kacke. Guter verkackt. Ja, ich möchte das Spiel gerne speichern. Ach, verdammt. Dauert das lange. Ja, Leute. Die heutige Zuschauerfrage lautet. Genau, ich hab ne tolle Zuschauerfrage und zwar. Es ist nicht ne Frage, sondern eine Bitte. Ihr. Wir haben. Ich muss warten, bis ich fertig gespeichert hab. Das dauert aber echt lange. Gottverdammt. Warum sag ich Gottverdammt? Das mein ich. Das hab ich mir jetzt gerade. Ach, komm. Tut mir leid. Ja, bist du. Ja, dankeschön. Ich hab mal das Spiel gespeichert. So, und zwar hab ich heutige Frage. Meinung von euch. Zwar. Äh. Stellt mir das bestmögliche Team zusammen. Von unserem Pokémon. Ihr müsst überlegen, wir haben noch Rihon auf der Box. Rihon. Was geht sonst noch? Ein Fritzelbitz, das noch nützlich sein könnte. Das werden aber, glaub ich, die nützlichsten. Okay. Pantimimi, aber Pantimimi mag ich nicht. Ja. Welt aus dem Pokémons, die, äh, hier ist... What the fuck. Mit Porygon hätte das mehr Sinn gemacht, aber ich hab Porygon nicht gekriegt. Welt, äh, das beste Pokémon-Team. Aus dem Pokémons, die wir bis jetzt gefangen haben. Vielleicht erinnert ihr euch an ein oder mehrere. Ähm, ich würde mich freuen. In der nächsten Partie, ich gucke dafür, dass alle auf Level 40, 42 sind. Und, ja, wir genießen diesen Anblick, denn nach der Level-Session wird sich hier einiges verändert haben. Bis dahin, haut rein, euer Blaze und Tschüsschen.